Herr von Wagner, Revolutionen, wie in der Ukraine, werden heute von Profis organisiert. Hier, von dem da zum Beispiel. Ja, Vitali Klitschko, das ist mal ein Revolutionär. Ach, haben Sie den schon mal frei reden hören? Seien Sie nicht unfair, er hat sein Leben lang Mundschutz getragen. Ich meine, er kann nicht mal richtig ukrainisch, möchte aber da Präsident werden. Kommen Sie, als Bürger wäre ich auch froh, ich würde nicht jedes Wort verstehen von dem, was Gauck sagt. Vergessen Sie, vergessen Sie, vergessen Sie diese Marionette der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nein, der wirkliche Profi steht rechts davon. John McCain, ehemaliger US-Präsidentschaftskandidat, hier im Dezember auf dem Maidan. McCain, was macht der da? Pommes? Der Mann arbeitet mit seiner Stiftung schon seit langem daran, den Ukrainern eine marktkonforme Demokratie schmackhaft zu machen. Ja, ja, und dann müssen Sie sich übergeben. Ja, an den Westen. Die Amerikaner haben insgesamt 5 Milliarden Dollar in den Umsturz in der Ukraine investiert. Ja, ja, sagt Putin. Nein, Victoria Nuland. Fuck you. Fuck die EU. Schauen Sie da, war sie im Dezember auf dem Maidan, die stellvertretende US-Außenministerin. Gucken Sie sich das an. Die Amerikaner als Brötchengeber der ukrainischen Revolution. Stellen Sie sich das mal umgekehrt vor. Putin fährt zu den Besetzern der Occupy Wall Street, verteilt Zulianca Milliarden von Dollar und stellt sich dann hin und sagt, Mr. President, tear down this Wall Street. Okay, jetzt haben wir schön etabliert, dass die Bösen sind die Amerikaner. Aber die Russen dürfen einfach so ein souveränes Land überfallen. Jetzt werden Sie am Ende noch erklären, die Russen, die haben da nur Fasching gefeiert. Russen-Montag auf der Krim. Weißt du, einfach so mit Militäruniformen aus dem Faschingsgeschäft. Der Putin fasst der Ukraine von hinten an die Schulter. Wissen Sie, was ich Ihnen sage? Die Russen, was die gemacht haben, das war Völkerrechtsverletzung. Der amerikanische Außenminister John Kerry hat das wunderbar gesagt. Der hat gesagt, man überfällt kein Land unter falschem Vorwand, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Warte mal. Darf ich diesen Satz vielleicht nochmal hören? Ja, ja, sehr gerne. Also man überfällt kein Land unter falschem Vorwand, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Fuck you. Die Sprache der Diplomatie, leicht beschädigt in Zeiten der Propaganda. Wenn die Zeichen auf Krieg stehen, dann hört man am besten den Feindsender. Also alles das, was der russische Geheimdienst so offenbart. Frei von der imperialistischen Lippe weg, schwafeln da westliche Regierungsmitglieder darüber, wie sie sich so die Zukunft in der Ukraine vorstellen. Oder wer wirklich auf dem Maidan geschossen hat, das kriegen die deutschen Medien in der Regel nicht so mit. Weil die mit ihrem Kurzwellenradio so sehr damit beschäftigt sind, Nachrichten zu suchen, die ihre Vorurteile über den bösen Putin bestätigen. Und so schießen Hitler-Vergleiche ins Kraut wie Krokusse in den Hundehaufen. Bei allen Nazi-Vergleichen gilt aber immer, nicht alles, was hinkt, ist Josef Goebbels. Selbstverständlich ist allerdings Frank Steinmeier, unser neuer Bundesaußenwalter, der beste deutsche Außenminister seit Guido Westerwelle. Steinmeier, ein Vier-Sterne-Diplomat, hatte ja schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz dem demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine befehligt, er möchte gefälligst alle Forderungen der Demonstranten auf dem Maidan anerkennen. Gut, das hat Tradition in unserem Land. Jede Protestbewegung, die nicht bei drei auf dem Baum ist, wird von uns anerkannt. Das heizt den Konflikt an und ist gut für unseren Waffenexport. Peinliche Sache eigentlich, die deutsche Außenpolitik leidet seit Jahren an verfrühter Eskalation. Aber was für eine Wirkung Bundesaußenmeier Frankenstein hat. Da haren die monatelang in bitterer Kälte aus. Irgendwann fallen Schüsse, es fließt Blut. Aber erst, als die Gefahr droht, Steinmeier könnte eine Rede halten. Zack, setzen sich alle an den Verhandlungstisch und unterschreiben. Frank-Walter Steinmeier hat den Vertrag auch unterschrieben. Gut, der Mann unterschreibt alles. Ich möchte nicht wissen, wie viele Zeitschriftenabos der schon zu Hause hat. Und so schüttelt er begeistert die Hände der Nazis aus der Svoboda-Partei. Und wundert sich, dass der Vertrag schon eine Stunde später von diesem lichtscheuen Gesindel gebrochen worden ist. Ich glaube, das ist ein Fall für das Guinness Buch der Rekorde. Fünf Wochen nach der Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik sitzen Nazis in der ukrainischen Regierung. Noch nie konnte man so schön beobachten, wie es aussieht, wenn der Westen ein Land als neue globalisierte Shopping-Mall instrumentalisiert. Der IWF hatte Janukowitsch mehrere Milliarden geboten, aber eben nur unter der Voraussetzung, dass der die Gaspreise um marktübliche 40% erhöht. Und das konnte selbst ein gieriger Trottel wie er nicht akzeptieren. Und schon lief die internationale PR auf Hochtouren. Das müssen wir jetzt nicht verwechseln. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Verschwörungspraxis. Da frieren die Demonstranten monatelang sich am Mai dann den Arsch ab. Und was werden sie dafür bekommen? Höhere Gaspreise. Tja, liebe Ukrainer, das sind sie, die Nebenkosten der Freiheit. Ich wollte hier ja eigentlich Putin verteidigen. Dafür, dass der Mann auch Interessen haben darf. Dafür, dass man mal ausflippen kann, wenn die NATO einem trotz ihrer Versprechen immer näher auf den Pelz rückt. Aber dann habe ich gesehen, dass sein Kumpel, der lupenreine Gerhard Schröder, ihn verteidigt. Mit der großartigen Argumentation, er hätte damals ja Serbien auch völkerrechtswidrig gebombt. Und deswegen sollte man jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Denn, klar, Schröder kam dem Völkerrecht immer schon mit dem erhobenen Mittelfinger. Und jetzt, und jetzt muss ich meine Meinung wieder ändern. Denn wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann das. Wenn Gerhard Schröder etwas richtig findet, dann kann es falscher nicht sein.